So, Jungs, seid ihr bereit? Gut, dann stellen wir uns mal schön auf und sagen Hallo zu dem Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy XV. Und heute dürfen wir ein wenig bergsteigen. Jawohl, wir erklimmen den Vulkan. Ich hoffe, der bricht nicht aus. Was haben wir denn hier hübsches? Das Ravatoga-Bergfahrt. Der Ravatoga-Bergfahrt. Trail, Bergfahrt heißt Trail. Man weiß es nicht so. Der Ravatoga-Bergfahrt, ja. Ich hoffe, es ist beschildert. Ja, der geht ziemlich weit, der Bergfahrt. Ihr seht, wie. Oh. Oh. Gläht hier immer so, oh. Ah. So, no entry? Jawohl, ja. So, der Bergfahrt. Ähm, der Bergfahrt. Ja, erzfähre, verdammt. Ich war schon so draufgehofft. Himmelssphäre. Der Bergfahrt. Ein Gedicht von Franconia. Der Bergfahrt. Mit meinem Ernst, wo geht's hier rauf? Jetzt will ich mich verarschen. Oh, Geröll. Für die Himmelssphäre. Verfluchte Scheiß. Die haben sogar deutsche Autosch... äh, Verkehrsschilder. Letzt mich. Boah, was war das jetzt? Alter, was war das jetzt? Ja. Der Bergfahrt. Äh, jetzt einmal wirklich im Ernst, ne? Wie kommen ihn dann auf? Der Wind ist echt angenehm. Mir ist nach einem Nickerchen. Hier sollte man nach am Eingang schauen, ihr Deppen. Der Bergfahrt von Franconia. Ja, da kennt man es so schön rauf, ne? Das ist nämlich verarschend. Wie kommen wir denn da rauf? Der Bergfahrt von Franconia. Rotsteinkristall. Ich will eine Himmelssphäre, verdammt der Mist. Es stand vor uns ein großer Berg. Doch ein Problem, das hab ich. Er ist zu groß, ich fühl mich wie ein Zwerg. Ich hab keine Ahnung, wo es hier rein geht. Der muss doch auch irgendwo ein Schlupfloch sein, oder nicht? Irgendwo ein Zaun aufgeschnitten, oder was? Ah, das sieht schon cool aus, ne? Der Bergfahrt. So, ich hab keine Ahnung, wo es hier rein geht. Können wir hier nicht irgendwo da durchschlupfen, unten drunter, oder so? Da, schau her, da könnten wir uns doch durchquetschen, oder nicht? Oder irgendwo eine Tür. Ja, das ist echt ja normal, aber was die jetzt hier mit mir machen... Das sieht so, ach, verdammt groß aus, ne? Kreizsakramen. Ja, das ist echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Der Bergfahrt. Geht's da nimmer rauf? Boah, weißt du was? Wie die Himmelsfähre. Nein! Wir kommen hier nicht nahe, nicht ums Verrecken. Das ist doch alles abgesäunt. Oder? Alter, willst du mich verarschen? Verstehst, wäre ich jetzt zuerst nach rechts gelaufen? Boah, was ist das? Alter, ist das eine Wolke? Alter, was ist da oben? Ist da oben echt ein Lager? Willst du mich verarschen? Der Bergfahrt von Franconio. So. Hier. Ihhh, die Arme schauen ja so komisch aus. Also, nicht die Arme, sondern... Ich hoffe, wir sind hier tatsächlich noch richtig. Aber es wird doch auch gefährlich, oder? Hier könnte man aber auch Führungen veranstalten, ne? Finde ich. Nice! Alter! Das ist doch ein geiles... Hab das nimmer als Thumbnail, Freunde. Das nimmer als Thumbnail hat er gemacht. Boah, wie krass. Wie cool das aussieht. Bitte, Herr Himmelsfähre. Verdammt, Erzfähre. Boah. Müssen wir da unbedingt hoch? Hier ist ein Dungeon. Ich teore das. Teore... Wo geht's denn da rein? Alter, das sieht schon krass aus, ne? Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Hier ist irgendwo noch Eingang schon wieder. Na ja, schon richtig gehört. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht ums Verrecken, ne? Jetzt wird's auch noch dunkler, ey. Ich möchte nicht wissen, was hier für Monster in der Nacht rumrennt. Okay, los geht's. Komm schon. Die Mühe wird sich garantiert für uns lohnen. Schon möglich, aber... Was, wenn nicht? Dann war's immerhin ein gutes Training. Für dich vielleicht. Boah, was? Erforschung der Ravador? Den Gipfel erklimmen? Was? Ne neue Quest? Wir schauen mal rein. Stufe 30, ey. Da kriegen wir eine aufs Maul, ey. Wir machen erst den Gedanken aus. Wir müssen hier hin. Jetzt will ich mich verarschen. Okay, komm, wir machen erst den Whip-Seig-Lump. Boah, ich trau dem Ganzen jetzt hier gar nicht mehr, ne? Das ist mir jetzt hier gerade ein bisschen unheimlich. So, egal, komm. Wir laufen jetzt schon auf. Boah, jetzt wird's aber eng hier. Boah, ich befürchte, ich sollte hier nicht in der Nacht laufen. Boah! Boah, was war denn der Skorpionsstachel? Gehen wir. Ja. Winzige Feder. Ich will eine Himmelsfähre, Himmels. Wahrhaft unwirtlich. Hoffentlich kommen wir hier heil wieder runter. Boah, auf, ey. Mir geht jetzt schon die Muffe prompt ein. Das ist alles so eng hier, ne? Boah, hier wird doch irgendwas. Was sind das für Viecher? Boah, die kämpfen gegeneinander. Obacht. So. Wo? Von meinem guten alten Herrn. Der hat mir das beigebracht, Freunde. Schluss mit lustig. Jungs. Zertrümmern wir den guten Mann. Alter. Alter. Aber hallo. Ganz klar. Der Weg gabelt sich hier. Welche Richtung nackt? Uah. Da sind halt Monster, ne? Ich muss mal selber schauen. Nach rechts, ne? Oder nach links. Oder nach rechts. Die will ich aber noch mitnehmen, hier, die Affen. So, Kollege. So, ob sie mal halt. Auf welcher Seite stehst du? Ja. Tut mir leid. Ach, nö. Ne Sackgasse. Lässt sich nicht ändern. Ammonit-Fossil? Entschuldige. Dynamo. Solides Drillhorn. Ach Gott, oh Gott. Zurück zur Abzweigung. Also doch in die andere Richtung, oder? Okay, ja, aber ein wenig Erfahrungspunkte sammeln. Ja, schau rein an. Bitte Himmelsfähre. Lumpete Sandstein. Wie hoch geht das denn noch? Blöder Berg. Und ist das... Noch ein gutes Stück, also spar dir den Atem. Boah, was ist das für Unkraut? Was ist das? Ja! Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Höllen-Schmaus. Da bin ich aber gespannt. Kennt ihr Ingwer? Keine Ahnung, das ist... Boah, ich mag ja gar keinen Ingwer, ne? Also ich bin ja nicht welche... Außer es ist sehr, sehr dezent. Mich hat ja mal schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ziemlich verarschen. Das ist sand. Ich bin jetzt schon voll fertig. Ich auch. Wir hängen sind steil. Ja, passt auf, dass ihr nicht runterrollt, ihr Sportmuffel. Irgendwie ist wieder eine Riesenfresse, ne? Beieinander. Boah, fuck! Wir rutschen hier echt runter. Boah, kurze Rast. Und weiter geht's, Männer. Boah, das geht auch vor allem im Sand, ne? Vor allem im Sand, wer schon mal im Sand... Boah! Alter! Boah, Gott, das ist nichts für mich. Wer schon mal im Sand... Alter! Wer schon mal im Sand Fußball gespielt hat, ne? Der weiß, dass das übelst in die Beine geht, ne? Ohne Himmelssphäre? Man weiß es nicht. Massivknochen. Von wem? Boah, willst du mich verarschen? Meine Beine! Hab morgen bestimmt voll den Muskelkater. Boah, fuck! Ich hab schon Muskelkater vom Zuschauen, ey! Boah, war das knapp. Boah! Alter Verwalter! Hier muss doch was geben, oder? Yo! Winzige Fäder. Ich dachte, eine Himmelssphäre, Alter. Jetzt wird's auch noch dunkel, ne? Hier wächst sogar noch Grünzeug. Wahnsinn! Ach, da geht's 500 Millionen unter. Ach, um diese Hetze. Sie nimmt spürbar zu. Sag mal, wir sind doch hier auf einem Vulkan. Hab ich recht? Was ist, wenn der plötzlich ausbricht? Sind wir dann sicher? Das wirst du schnell genug merken. Alter, hier siehst du auch schon, wie das so... Na, seht ihr das? Das Flackern? Alter! Jetzt wird's heiß. Geht's aus! Nein, na na! Fuck! Der tut gleich nix mehr, der Kollege! Kommt schon Jungs, werden wir doch das Pferd hier schaffen. Gedenkt, jetzt wird es aber richtig heiß in der Hütte. Winzige Feder, aber ich finde es richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, wie Mordor, ne? Ohne Hütze. Man spürt so innerlich die Wärme irgendwie so. Eine weitere Gabelung. Bitte keine Sackgasse wählen, Nock! Ich flehe dich an! Kann ich hell sehen? Bist ja richtig in Fahrt! Männer! So, Bilanz, Zeit, Technik, Katastrophen. Magie Flakon, was ist denn hier los? Magie Flakon! Haben wir jetzt tatsächlich? Magie immer eine gute Suppe. Alter, leg mich am Wursch! So, wir haben zweimal Feuer, wir haben einmal Eisra, wir haben einmal Blitzra. Dann machen wir nicht lange rum, nehmen das Eis-Element. Ich glaube mit Eis sind wir hier sehr, sehr gut bedient. Zutaten! Eisenglumpen? Quatsch! Eisenglumpen? Eisenglumpen ist doch bestimmt sicher fett, ne? Hä? Eisenglumpen, haben wir zehn Stück davon! Wirkt Eisenglumpen, kann aber auch wirkungslos verpuffen. Boah, das macht auch richtig fett Schaden, ne? Komm, wir sind mal sparsam, wir nehmen mal drei. Alter! Wir legen es mal ins Inventar. Geil, hat sich gelohnt, wir haben ein Flakon gekriegt. Ui, Wauzi! Ui, was ist das für ein Viech? Weißt du was, deswegen, gehen wir in die Einstellungen, Kampfmodus. Gehen wir aufwarten. Und wie fern? So, gegen was? Klar gegen Eisra, Pistole. Eisra, Pistole. Gegen Feuer. Okay. Alter Schwede, was ist das? Hä, ihr Wiffern! Der Plan. Frontalangriff. Hm. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten. Boah, fuck. Ignis, vorsichtig. Vorsichtig. Was? Tut mir leid. Jungs! Auf geht's, Männer! Verschwende! Ignis! Jetzt ist unsere Chance. Yo! Immer drauf auf die Erde! Das muss ich mal wieder aus... Ups, nein! Einstellungen, Kampfmodus. Ja, das ist ein wenig blöd gemacht. Gut. Ich hab noch nie. Du bist eine Hölle. Du bist eine Hölle. Kannst du nicht? Du bist unter and慣st. Du bist. Oh mein das. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ja, ich nehm aber erstmal nur den Ingwer mit. Und, was ist das? Qualitätsbaustein. Halt, wir müssen andersrum. Boah, das ist... Alter. Sind wir hier noch richtig? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Ja, wir müssen hier noch richtig sein. Mann, ist das heiß. Ich schwitze wie ein Garula. Extreme Temperaturen. Wie in einem Backofen. Wem sagst du das? Es wird echt Zeit, dass wir hier wieder wegkommen. Die nächsten Fluch-Saudi, ich werde begluckt. Aber Hauptsache, immer mitnehmen. Hey, gibt es weiter im Weg? Ja. 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 Verbrennen wir uns da nicht, wenn wir da drüber laufen? Boah, was hat der für Moves drauf, ne? Ach, wir sind in die falsche Richtung. Also das finde ich jetzt wirklich seltsam. Machen wir hier das Foto? Ja. Alter. Fotografieren. Ist das nicht so dunkel für ein Foto? Lass uns bis morgen warten. Boah, Leute, willst du mich verarschen? Sag mal, ist das Lava, die da unten fließt? Dann war's das wohl in diese Richtung. Keine Lust auf ein heißes Bad. Suchen wir woanders. Rubinamband, Himmelsfähre, Himmelssakrament nochmal. Willst du mich verarschen? Jetzt will der nicht machen, wie hier, weil's dunkel ist. Wisst ihr was? Liebe Freunde, dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Ich lass ihn vorspulen. Und dann morgen, wenn's dann wieder schön hell ist. Fuck. 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 Kommt, machen wir hier ein Foto. Fuck, wir nehmen ihn ab. Also, ne? Unser Leben nimmt ab. Fuck, unser Leben nimmt ab, oder? Kommt mal alle hierher, ihr Clowns. Okay, mein Leben nimmt nicht mehr ab. Ignis auch nicht. Gladio auch nicht. Bromdu auch nicht. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier eine kleine Folgenpause. Wie gesagt, wir können's jetzt hier nicht machen in der Nacht. Aber wir haben ja auch schon fast eine halbe Stunde. Und ja, bis morgen zu Final Fantasy 15. Macht's gut. Ich lass das jetzt einfach vorspulen, denn hier wird nichts passieren, denke ich. Ich hoffe, hier kommen keine Monster in diesem Sinne. Danke fürs Einschalten und ciao. Bis morgen. Servus. Servus.